Ich schicke deine Mutter, ey! Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Soul Kids Nein, natürlich nicht. Ich meine natürlich Cow of Duty und Black Ops 2 Wie komme ich denn jetzt bitte schön rein? Wenn ich jetzt in die selbe Lobby reinkomme, dann gehe ich aus. Kamera, Kamera! Ja, ich hatte gerade eben von der Schule aus Bundesjugendspiele. Ich bin put. Endlich. Ich sag dein Forking ernst, ich hab doch nur meinen Controller weggeschoben, man. Nein, 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 nein! Ich bin jetzt schon mal süper an. Ich bin jetzt nicht dabei. Ich sage es! Ich sage es... Das ist gut, ich sage es! Ja, ja, ja! Ja, ich denke. Ja, ich habe zu sein. Ja, ich habe zu sein! Ja, ich habe zu sein! Ich bin noch gar nicht eingespielt, ich bin gerade eben erst von dem Sportplatsch gekommen. Ich habe noch gar keinen Kill, man. Das sind auch mal welche. Da hat doch gar keiner mehr. Wenn man gerade davon redet. Achtung, feindlich der Hunter-Kill hat ohne Unterwegs. Boah, hier hat schon fast... Yes! Ich muss mal nachladen. Wow, weg, weg. Wow! So ein Nappen. Wie geil. Ich mache die alle nur, wenn ich dann pischte, ich weiß nicht mehr, wie die pischte ich. So einfach geht das, was? Oh, Kampfer, Kampfer. La 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 la. La la. Lauf, lauf! Ja, ich schaffe, lange nehm ich schon auch frei. Wie nun, ich guck nicht zu früh. Möö! Ja, ach ja! Ach ja! Komm, Möö! Motivärlich! Du bist, du bist low-leaf. Low-leaf bist du. Ich kann nicht finden. Die Snipper. Ich töte ihn! Fuck. Ja! Keine Art. Warte! Alle hier mit so... Maschinenpistolen so und so. Und Kalaschnikop und M4. Ich weiß nicht, wie die erst auf mich heißen. Ich mit meiner Pistole hier. Und die auch ganz gut auf. Wenn meine Felgen sind. Außer am Anfang. Nee, der wollte ich töten. Da, da, rede. Wuuuuhu! Thank you, thank you, thank you! He saved my life, but I saved his life a lot more. Wieso nicht auf, in Englisch zu reden. Schreib mal in die Kommentare, ob ich mal in einer Folge... Wuuuuhu! ob ich auf englisch sprechen soll, weil ich habe gerade in der Folge so äh, to talk in englisch, bitch ja mhm aber ich war nicht schuld, ich habe genug Kills, guck mal 5 Kills und beachtet die Trudel nicht ach ja ach ja ja ja, ich habe glaube ich schon den niedrigsten Pink warum könnt ihr nicht alle sprechen manchmal war es so lustig, dann macht die so ich schicke deine Mutter ey ach schlun, hörh, du nörd nein, dann mach ich ne, die mir auch kurz gestoppt Ich auch mal Zufall. Okay. Noch eine Sache. Ich habe mir auf Amazon, hier auf Amazon mit Öl, auf Amazon habe ich mir den gespürt, ey, Full Crash Kopfhörer geholt. T-Shirt, Headshot, die Hyper, ich will mal HyperX sagen, HyperX Cloud Kopfhörer. Ja, ich habe schon voll krass, Kopfhörer, äh, Kopfhörer, Mikrofon, Kopfhörer, Mikrofon, Kopfhörer, so, hat sie eine Kopfhörer, macht sie da dran, als so Headset. Ich will mal auch später ein paar Folgen mit dem Headset aufnehmen, dann gucken, wie das rüberkommt, weil ich habe so ein Gefühl, dieses Mikrofon hier rauscht sehr, also nämlich, ist ein Großmembran, Membran, Mikrofon, Großmembran, dann ist alles auf. Ja, mein Handy bisschen weiter weg. Yeah, Newtown. Und mal gucken, wie die Qualität da bei dem Mikrofon, ich habe ein bisschen angehört, vielleicht kann man da noch irgendwas regulieren. Bitch. Ja, genau. Ich einfach so rauskomme, Alter, so guck, guck. Wow, 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 von wo? Ach ja. Wie viel ist für mich das zu klein, der Matt? Äh. Ich muss mich mal verstecken. Wow, ich habe das Bildchen zu spät gesehen. Wow, wow! Oh, ja. Ja, 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 ja. mit Prozent ja schießt auf mich um einen Mann das war Krass, sag mal, waren nur so viele, du's, du's, zwei. Meine Granat ist ein bisschen zu spät hochgelangt. Ja, genau. Ja, Mann, du, Kanake, du. Ich bin so dumm, Mann. Ich mag meine Unfähigkeit, hier so in Black Ops 3 nicht spielen zu können, ich feiere das so. Hallo. Hey, Mann. Killstealer. Geh vor. Komm, Alter, zwei gegen einen. Hör, kennt man nicht so in diesen Gebäuden da. Wuhu. Da war einer. Da war einer. Oh, der ist aber schon ein Stück. Da war was. Wuhu. Was? Komm, wo? Ach ja? Ich hab dir nichts getan. Höh? Der hat gar nicht mehr auf mich gezielt. Ich bin eigentlich nicht... Er ist mein Troll. Ja! Genau. Erspannen, Alter. Wow. Jetzt geht's los. Uh, Kucka-Chucka. Uh, Kucka-Chucka, uh, uh, uh. Wuhu. Was sind denn jetzt alle? Guck dir den an. Der kam ja gerade erst raus und dann zieh ich den schon, ey. Ja, guck mal, als hätte er mich schon gesehen Ja, 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 komm Scheiß Map Er hält sich das Map langsam In Englisch Hallo, was geht Ja Wir win this round Gucken wir noch den letzten Kill, weh Ich hoffe, euch hat diese Folge von Kauf für die Black Ops 2 gefallen Wenn ja, lasst den Like da, Abo nicht vergessen Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal Tschüss